Hier, der hockt halt einfach sinnlos im Haus. Ich komme halt rein und knieh mich so hinter so eine Kommode und er erschießt mich einfach. Guckt euch an, was für ein Gold. Was für ein Gold. Erstmal hier. Trifft er gar nichts, genau. Ja, nee, nee. Aber das ist schön. Ja, genau. Der will gar nicht treffen, jetzt hier. Ahaha, genau. Genau, mein Sohn. Genau. Okay, nie wieder alles. Nicht das, was ich gehofft habe. What the fuck, das ist ja wirklich so krank, wie alle sagen.